In 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde mit 97 Grad weltweit steilster Drop in vollkommener Dunkelheit. Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Ich bin Herr Oldendorf und ich schaue für mein Vater. Mein Vater war auf seinem Weg von Gotland in Nürnberg, zusammen mit Heinrich Oldendorf. Und? Das hat nie erreicht. Was hat passiert? Ich wurde gesagt, dass es Volkov war. Wer ist Volkov? Ein Lord? Ein Wizard? Ein Master von Black Magic? Hier. Du wirst wissen, was das ist. Das ist die Geschichte von Novgorod. Wer hat Volkov hängt 400 Jahre vor, in front of the town's gates in between two Skarkrows. Look! Look! I tell you, Volkov is alive. Rifat! Oh, 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 oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020